Fußballtrainer Roger Schmidt verlängert Vertrag bei Benfica Lissabon Stand 31.03.2023 22.33 Uhr Roger Schmidt hat seinen Vertrag als Trainer von Benfica Lissabon langfristig verlängert. Juni 2026 gültig ist. Benfica hatte lange versucht, die Zusammenarbeit auszubauen. Bei den Verhandlungen ging es in dieser Woche neben der neuen Amtszeit vor allem um die künftige Höhe der Ausstiegsklausel und eine Erhöhung des Grundgehalts. Benfica hatte unter Schmidt bisher eine außergewöhnlich starke Saison. Großer Vorsprung in der Liga In der Liga führt der Traditionsklub die Tabelle mit großem Vorsprung an und steht kurz vor dem Gewinn des ersten Meistertitels seit 2019. In der Champions League hat Schmidt mit seinem Team das Viertelfinale erreicht, wo sie auf Inter Mailand treffen. Überhaupt hat Benfica in dieser Saison erst zwei Pflichtspiele verloren. Bisher hatte Schmidt Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Millionen Euro in seinem Vertrag für den kommenden Sommer. Zu den Details des neuen Vertrags machte Benfica zunächst keine Angaben.